So, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Super-Pogmon-Technics auf Nintendo-Switch und hoffe, ich kriege diesen Cheater wieder. Das kann ja wohl nicht sein, dass er gewinnt. Alles wird unterbrochen von mir. Egal was. Kann ja wohl nicht sein. Ich hoffe, der kommt jetzt sofort wieder angetanzt hier. Wir sehen uns, wenn wir den nächsten Gegner haben. Vergesst nicht schon mal einen Daumen hoch und ein Abo und ganz wichtig, wie gesagt, die Glocke nicht vergessen. Bis gleich. So, da haben wir den nächsten Gegner. Wer ist es? Sehr gut. Genau ihn wollte ich. Ich finde meine Punkte wieder. So, wir drücken mal ein bisschen schneller. Hier natürlich nicht. Ich finde, wir sind den richtigen Pokémon-Helfer von allen Pokémon. Aber er wartet fleißig. Ach, komm. Er kriegt ja trotzdem Schaden dadurch, weißt du. Leider nicht genug. Ach, komm schon. Warum? Hallo, ich habe schon wieder Kontakt gedrückt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Er cheatet wirklich. Kann doch nicht wahr sein. Ja, ich kenne aber auch immer wieder rein, ne? Ich meine, natürlich. Ich will ja auch ein bisschen mal was machen können. Ich hasse es tatsächlich. Mensch! Dem nicht. Selten dem nicht, aber dem nicht. Okay, danke fürs Zuschauen. Das war schon wieder ein Pokémon-Technik auf dem Nintendo Switch mit einem Blödenkamm. Der seinen Namen allen Ehren macht. Ein Cheater. Ich komme zu gar nichts mit ihm. Danke fürs Zuschauen. Versuch, vergesst keinen Daumen nach oben und ein Abo da zu lassen und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Falle in YouTube. Letztes mit das Hobby. Viel Spaß noch bei mir auf der... Keiner Seite. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.